Die sogenannte künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig. An der Universität Freiburg erforscht der Psychologe Markus Langer Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wenn wir uns überlegen, wie überfordert eigentlich zum Beispiel unser medizinisches System aktuell ist. Wenn wir sehen, dass 95% der Leute, die Psychotherapie bräuchten, keine bekommen. Dann sehe ich schon Potenziale darin, Menschen etwas an die Hand zu geben, was davor einfach nicht möglich war. Oder wenn wir uns vorstellen, dass in der Verwaltung in verschiedenen Städten eigentlich echt viele Menschen fehlen. Da denke ich an ganz viele Sachen, die einfach sehr repetitiv sind. Irgendwie Formulare prüfen oder sowas. Das kann KI-generiert gemacht werden. Von neuen Formaten der Psychotherapie bis hin zum Formulare prüfen. Viele fragen sich, was das für eine Intelligenz ist, die so unterschiedliche Dinge erledigen können soll. Künstliche Intelligenz scheint mir immer so das zu sein, was gerade am tollsten ist. Also aktuell würde wahrscheinlich jeder irgendwie Chat-GPT mit künstlicher Intelligenz assoziieren. Dahinter steckt ja das komplette Internet, wenn man so will. Aber es ist ausgelagertes menschliches Wissen. Es ist eigentlich eine Zusammenfassung. Es ist am Ende immer noch so ein mathematisches Modell, was eigentlich nur Vorhersagen treffen möchte. Mathematische Modelle sind eigentlich unbestechlich. Trotzdem ist es eine gute Idee, künstliche Intelligenz sicherheitshalber einem qualifizierten Controlling zu unterziehen. Der Mensch muss ja eigentlich irgendwie was besser machen. Der muss erkennen, wenn da Fehler passieren. Der muss erkennen, wann man jetzt eine KI nutzen kann und wann nicht. Weder Ärzte noch Psychotherapeuten werden aktuell dazu ausgebildet, zumindest nicht jetzt im Studium, sich wirklich mit diesen Techniken der KI zum Beispiel perfekt auszukennen. Der Psychologe fordert eine umfangreiche Ausbildung, um künstliche Intelligenz genau kontrollieren zu können. Umso mehr, als diese sich immer schlechter identifizieren lässt. Ich glaube, es ist sehr schwer und es wird wahrscheinlich auch schwer bleiben und nur noch schwerer werden, KI zu erkennen. Und wenn Leute sagen, oh, ich kann erkennen, dass da Chat-GPT dahinter steckt, dann ist das Quatsch. Das ist genau wie beim Lügen bei Menschen. Menschen behaupten, sie können Lügen erkennen, ist einfach nicht der Fall. Das ist bis heute. Es gibt keine wirklich guten Ansätze dazu, Lügen zu erkennen. Und so ist beim Erkennen von KI leider auch. Vertrauen in eine vernünftig eingesetzte künstliche Intelligenz zu schaffen, sieht der Freiburger Wissenschaftler als bedeutende Aufgabe. Wir hatten vor kurzem einen Stand, wo Leute mit einem KI-basierten Arzt telefonieren konnten, in Anführungszeichen, und wo wir sie dann befragt haben zu dieser Interaktion mit diesem KI-basierten Arzt. Wo wir Dinge erfragt haben wie, wie müsste denn dieses Gerät sein, damit sie dem vertrauen können. Was wäre denn ein vertrauenswürdiges System für sie, wo wir viele, viele Sachen herausgefunden haben, die sehr hilfreich sind, glaube ich, wirklich in die Richtung zu gehen, zu sagen, wie bekommen wir KI-basierte Systeme hin, wie bekommen wir eine Mensch-Maschinen-Interaktion hin, die am Ende dazu führt, dass Menschen auch angemessenes Vertrauen in dieses System entwickelt. Das ist dieser eine große Punkt, den wir uns interessieren. Und der andere ist dieser Punkt von, wie gestalte ich eigentlich Arbeitsumgebung, in denen KI eingesetzt wird. Also stellen wir uns das mal vor, in der Notaufnahme wird so eine KI eingesetzt. Bisher waren da medizinische Fachangestellte, die jetzt zusammen mit so einem System arbeiten müssen. Wie verändert das den Job? Wie kann ich das System gestalten, dass es den Job besser macht und nicht schlechter? So ist es umso wichtiger, dass auch die Politik sich bei der Wissenschaft absichert, wenn sie auf dem Gesetzesweg immer mehr in der Gesellschaft durch künstliche Intelligenz regeln lässt. Da kann die Wissenschaft insgesamt sehr, sehr hilfreich sein. Und vor allem, wenn man sagt, man akzeptiert, das ist ein sehr, sehr interdisziplinäres Thema, wo man verschiedene Perspektiven braucht. Psychologie, Philosophie, Recht, Soziologie. Darüber hinaus zu denken, ist, glaube ich, zentral auch für die Politik in dem Bereich. Die Universität Freiburg verfolgt diesen interdisziplinären Ansatz. So können verschiedene Perspektiven mit einbezogen werden, um umfassende und ausgewogene Lösungen im Umgang mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank.